Okay, Leute, es geht weiter. Hab ich es geschafft? Hab ich es geschafft? Geh rein. Bitte, 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 bitte. Ja, geschafft. Kacke. Gegen Mikro gekommen. Scheiße, scheiße, egal. Oh nein. Oh nein. Hey, wie soll ich... Ich muss groß sein, um ihn zu treffen. Sonst funktioniert das nicht. Ich habe eine Idee. Jetzt kriege ich den Pilz hier. Und öffnen. Teddy Bear? Teddy Bear? Was ist los, Teddy Bear? Was kann der Teddy Bear denn? Teddy Bear? Was zum Teufel kann der Teddy Bear... Äh, Teddy Bear meine ich. Ein Waschbär. Okay, was war der andere dann? Hier ein Viech. Okay, ich verstehe es nicht, aber... Muss ich bestimmt auch nicht. Ähm... Okay, hier ist Feuer. Oh, Feuermenschen. Ey, muss ich klein sein, um da durchzukommen? Oder wird es mich verarschen? Oh, Feuermen. Ähm... Leck mich. Wieso kacke ich jedes Mal so rein hier? Ach, Mann. Irgendwie kriege ich vielleicht den Austick. Ja, Game Over. Puh auf den Gesicht. Boah, kein Bock mehr. Fortsetzen, komm. Komm. Ähm, hier, komm. Ich muss nicht klein sein, anscheinend. Ach du heilige Kacke, das wird ein Riesenspaß. Reich er rein? Anscheinend nicht. Feuermensch, lass mich. Also, wenn ich irgends mal weggucke. Achso, ich dachte, ich komme nicht mehr hoch. Komm, komm. Kann ich da rein? Nein, ich kann nicht da rein. Ein langer Gang. Ah, der Boss wartet. Okay. So. Dreimal. Okay, diesmal ging das wieder schneller. Aber wieso war das so kurz? Bei anderen Levels war er immer größer. Kann ich sehen, dass es bald das Ende ist von diesem Projekt? Oh nein. Ja, speichern. Aber erstmal hier hin und holen wir ein paar Items. Dankeschön. Das brauchte ich. Ja, dankeschön, dankeschön. Und hier mal. Und so. Und so. Und blablabla. Ja. Zwei Leben dazu. Bravo. Dankeschön, dankeschön, kleiner Mario. So. So. Okay. Jetzt muss ich einfach rüberfliegen. hoff... Ich hab's... Ich hab's... Ich hab das so gehofft. Ach. Du Kacke. Okay, ich muss hier rein. Ich hab so sehr gehofft, dass ich hier nicht mal schwimmen muss. Okay. Was erwartet mich hier? Ein Laketo der ganze Zeit seine Geschwister unterwirft. Okay. Ähm, ja. So. Okay. Geplante Sache hier. Warte, kommt das Ziel. Okay, das war eine leichte Sache. Das war so easy peasy. Den, 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 den. Ich glaube, mit dem Projekt werde ich mal erstmal fertig, wenn dann mit Super Mario Advanced. Und Donkey Kong muss ja auch noch fertig werden. Nehmen wir das Item hier. Okay, wieder ein Waschbär, Pseudo, Klamotten, Dings, Bums. Dich töt' dich mal, du Riesen-Lusch. Tod, okay. Und Stern, okay. Hab ich da gerade richtig gesehen? War da noch ein Schloss? Okay, komm, du. So. Kein Problem mehr. Alle Störer und Friede weg. Ist das P eigentlich? Okay. Welt 5. Boah. Boah, ey. Ein Riesen-Welt. Äh, ja. Ja, 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 ja. So. Einmal wegfliegen, hoffe ich jetzt mal. Oh, be... Boah. Okay, hat das geklappt? Jetzt fliege ich einfach weg. Bis zum Ziel. Verdammt, das hat... Willst du mich verarschen, du elinde Missgestalt? Und was hast du mit Bullet Beals? Oh, nein. Nein. Verzweiflung pur. Die hat mich nicht getroffen. Ich bin verzweifelt, Leute. Ich bin verzweifelt. Ich bin verzweifelt und ich habe Angst. Was sind das für Bullet Beals? So leuchten die so rot? Ach, du Kacke. Okay, komm mal mal raus wieder. Hab ich es geschafft? Schau, bitte, 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 bitte. Ja. Aber wenn ich jetzt wieder an ein verficktes Monster komme. Okay, ein Stern. Sehr, sehr gut. Vielleicht schäufe ich das ja in diesem Part alles. Oh. Okay, was soll das P eigentlich bedeuten? Keine Seite. Warte. Wieso bin ich so dämlich? Wieso bin ich so dämlich? Wieso bin ich so dämlich? Oh. Das ist ein Gumpa. Ach so. Ah. Hier sind die alle wieder normal groß. Jetzt bin ich der Größte. Dün, 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 dün. Boah, ich dachte schon, das war eine Falle oder so. Und. Und so. Und so. Ich habe ein Ziel. Ach, Kacke. Okay, das habe ich jetzt auch geschafft. Gut. Ich glaube, das schaffe ich auch in diesem Part. Ich will mal wissen, wie viele Welten es gibt. Ich glaube, ich google das mal nach. So. Okay, danke. Puh. Komm. Und der nächste Boss. Es ist wieder mit Feuer. Okay, mit Lava. What the fuck? Okay, ich kann den nicht mit meiner Schwanz spitzen. Okay, das klingt pervers. Mit meinem Schwanz töten. Ach. Fick dich doch. Ich scheiß auf euch. Okay. Das ist ja wieder der Boss. Okay. Wie tickst du aus? Und so. Geschafft. Glück gehabt. Din, 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 din. Din, 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 din. Level geschafft. Gut, gut, gut. Speichern. Ja. Ach, wieder Memory. Ach, komm. Das ist so dämlich. Egal. Soll ich das untere machen? Ach, scheiß drauf. Mir bringt das sowieso nichts. Egal. Jetzt kommt das Schloss. Und was ist das jetzt für ein Tier? Donkey Kong lässt grüßen. Wie furchtbar. Der König wurde verzaubert. Bitte finde den Zauberspruch ab, um ihn zurückzuverwandeln. Ja, und das ist immer das Gleiche. Diesmal ist nicht Bowser der Gegner. Diesmal ist er ein anderer der Gegner. Warte, beim Intro haben wir da welche gesehen. Warte, sind das die Geschwister von Bowser, die jetzt irgendwie aufmucken? Oder diese Kinder oder... Oder irgendwas anderes von ihm? Gibt's dann unten am Boden? Anscheinend schon. Okay. Muss... Muss ich in den Boden? Ähm... Okay. Okay. Ich bin mal kurz kurz... Ähm... Kurz ruhig. Ich muss mich mal kurz konzentrieren hier. Ich will hier keine Fehler... Fehler machen. Ach, ich wusste es doch, dass ich... Ach so. Maulwurf ist wieder da, okay. Oh, das war knapp. Ich will diese Kiste da oben berühren. Okay. Ach, knapp, knapp, knapp. Ach, wieder diese Kacke. Wartet. Okay, ich glaube ich schaffe das in diesem Part. Knapp, knapp. Ach, Nervenkitzel pur. Wie lange wird das noch gehen, das Schiff? Ach, leck mich. Leck mich am Sack. Leck mich. Okay, was bringt mir diese Wolke? Ich weiß es nicht. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe ein bisschen vorgemacht, weil ich wollte euch den ganzen Weg nicht wieder zeigen. Das wäre doch sowieso wieder langweilig gewesen. Und gibt es hier eine Kiste noch? Kiste, 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 Kiste. Ja, eine Kiste gibt es hier. Dankeschön. Okay, komm. Okay. Einmal getroffen. Und dreimal. Okay. Okay, sehr, sehr gut. Wir haben diesen auch geschafft in Part 6. Wir kommen eigentlich schnell voran, finde ich. Was ist das für ein Fettkopf? Oh, großartig, fantastisch. Ja, ich habe... Ja, tausend Tag, hier ist ein Brief von Prinzessinnen. Was macht eigentlich die Prinzessinnen, währenddessen ich diese Welt hier mache? Also diese Reise. Der Dieb, der die Flöte gestohlen hat, ist in der östlichen Sanddünen geflüchtet. An beiden... Hey, welcher Dieb? Welcher Dieb? Welt 4 komplett. Ja, speichern. Okay. Und hier sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.